Stahlbolzen sind etwas zu teuer. Bronzebolzen, die gehen gerade noch, die nehme ich. Kupferbolzen nehme ich auf jeden Fall. Silverbolzen sind mir zu teuer und wir sind jetzt schon ziemlich deswegen nehme ich noch ein paar Iron Anvils und einen Steel Anvil. Ah ja, was zu essen. Kuh nehmen wir auf jeden Fall. Schwarzbär nicht unbedingt, aber Jack und Elch. Riesiges Stinktier, nein. Jack, Wolfsfleisch, okay. Wildschwein, Goat, also Ziege. Adler auch nicht unbedingt. Tod. Nehmen wir einfach mal Kiwi. Ne, also die Vogelkiwi nicht die Frucht. Jack und Kiwi. Kiwi-Boss, die kann man züchten bis man blöd wird. Die geben aber einem auch fast nichts. So, und Fisch. Fisch nehmen wir viel. Nehmen wir zwei Seiten Fisch. Weil noch ist unsere Fischzone unten. Nehmen wir noch eine Seite Fisch. Ist unsere Fischzone unten noch nicht fertig. So, und jetzt werfen wir mal. Gucken wir mal, was haben sie noch. Pond Turtle, Keflops, Talon Fisch. Sie haben sehr viel Fisch. Dann haben sie Plump Helmets und dann haben sie Garen. Und ich glaube, das war es dann auch gleich. Thread, Iron Greaves, Copper Chain Leggings. Ah, das sind normale Klamotten aus Kupfer. Wer auch immer das bequem sein soll. Cheese, ne, brauchen wir nicht unbedingt. Der ist auch teuer. Splints and Crudges sind das Letzte. Ne, hier sind noch ein paar Sachen. Aber nein, nichts, was wir noch gebrauchen könnten. Wir haben das Wichtigste. Wir haben einen Haufen Metall eingekauft. Und wir haben... Essen, Stoff, Leder, Seite. Quatsches? Ne, Quatsches will ich nicht verkaufen. Was auch immer die da drin machen. Ich muss eh demnächst mal gucken, dass ich meine beiden Finished Goodstock Piles da oben richtig einrichte. Dass da sowas wie Quatsches und so nicht landet. Ups. So. Jetzt sind wir auch schon mal auf Null. Jetzt müssen wir noch mehr reinwerfen. Meine Artefakte sind ja jetzt in der Schatzkammer gesichert. Also brauche ich mir keine Sorgen drüber machen, dass ich die aus Versehen vertrade. Cave Spider Zeug. Geben wir ein bisschen Überschuss. Gut. Und Trade. Und der ist Ästhetik. Sehr schön. Das heißt, die Bins können jetzt wieder weg. Und auch der Trader wird nicht mehr gebraucht. Gut. Ah, hier ist fertig. Und ich habe wieder diesen Bug. Da muss ich mal kurz raus tappen. Wieder rein tappen. So. Ja, jetzt geht es wieder. Okay. Und die wollen die Situation diskutieren. Damit kann ich leben. Ich will jetzt erst einmal aber einen Channel Befehl geben. Nämlich hier. So. Wenn wir schon dabei sind. Die Brücke. Beginnen wir unsere Diskussion. Wir brauchen zur Zeit immer noch nichts. Obwohl eine Sache könnten wir gebrauchen. Anvils. Gut. Fische sind weg. Wir haben zur Zeit nur Wildschweine. Wir haben keine Goblins. E-Rumpf-Wuseln. Und jemand hat endlich die Katze gefunden. Tja, das kann halt passieren. Puppy, Dog. Äh, Puppy. Duck, Goose. Dough, Rabbit. Dog. Tut mir leid. Wir haben... Wir haben auf jeden Fall keine... Da wurde gerade ein Hund geschlachtet. Gut. Wir haben keine Katze mehr zum Glück. Mit was sind meine Masons gerade beschäftigt. Construct Buildings. Äh, Zoom. Achso. Du machst jetzt die Brücke. Hoffe ich mal. Ja. Ja. Sag bloß Mist. Ich habe es geschafft, die da unten einzusperren. Ah. Designation X. Weil ich den Mining-Befehl nicht... Und wir haben mal wieder einen Snatcher gefunden. Adders. Du bist Merchant. Ja, du bist Hostile. Genau. Äh, jetzt wie kriege ich die beiden da raus? Build. Äh, Floodgate. Nein, das muss unter... Genau, C. Downstear will ich die. Äh, Konglomerat-Block. So. Äh, ähm... Suspendet das... Achso, das war's. Suspendet, okay. Dann suspendet das wieder. Über die Dokumente schauen will ich jetzt nicht. Ich muss mal eine Miner da unten rauskriegen. Und zwar Pronto. Finish peeking on the conversation. Äh, äh, äh. Designation X. Remove das hier mal. Guckt, dass ihr mir die Treppe dahin baut. Und zwar schnell. Äh, äh, ist schön, dass ihr uns bald verlasst. Äh, äh, komm, chill das auch gleich frei. Vielleicht kriegen wir eine Rampe hin. Nein, kriegen wir nicht. Building, ähm... Doch, Building C. Äh, Upstairs. Aus dem Konglomerat-Block. Baut das einer? Mason schläft. Unter anderem Mason. Die ich mal wieder natürlich nicht finde. Du bist der eine Mason. ich weiß ich hatte zwei mesons versteckt dich nicht vor mir ach da bist du construct building zoom ja bitte bau mir die treppe du baust mir hoffentlich die treppe oder ja ist es pendelt baut mir bitte diese treppe wenn nicht machen muss ich das anders machen designation abworts der und dort downwards der down word ist j gott sei dank sie kommen raus du x und designation das hier bitte weg so gut dann machen wir das jetzt so und du kannst weiter gebaut werden bitte aber wenn wir schon mal dabei sind der designation channel wird das hier mal aus so designation ja hat diesmal was diesmal war es sogar richtig so und hier auf der seite können wir auch endlich mal so ausheben ja das war zu viel des guten so da ich jetzt groß aufträge vergebe so gehe ich mal kurz in meinen therapist schnappe mir meine xbox und gebe denen komplett einen mining befehl so dass sie in ihrer freizeit was zu tun haben gucken wir mal kurz ins look over documents toys möchten sie viele armor und blocks backpacks ja von mir aus ok hier hätte ich gerne bone bolts repeat und hier hätte ich gerne wood nicht crafts cancel wood bolts mal 10 so das heißt hier unten kann gecancelt werden so gut wir haben wieder eitlers sagt das oh wir sind schon major geworden wir sind nicht mehr expeditionsleiter wir sind major was brauchen wir wir brauchen noch das decent office und chests äh als building container so 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 so